Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgensiakum von Infracta und ich bin Individa Limbera. Okay, sie kommen raus. Da steht es auch wieder. Die normale Schwierigkeit wird empfohlen. Aber da steht jetzt wieder vor Battles. Warte mal, you can change the campaign. Game Options. Eben nicht. Wo dann? Also ich kann es nicht in den Game Options ändern, die Campaign Difficult. Das ist doch zum Mäusemelke. Das würde ich ja sofort machen. Ich würde sofort die Kampagnen Schwierigkeit auf Legendär stelle, wenn ich und die Battles auf normal lasse. Also ich lache nicht. Da würde ich sogar noch mal neu anfangen. Also auch mit den Römern, nicht nur mit den Spartanen. Obwohl jetzt mit den Römern, ich weiß jetzt nicht, klar wäre das dann schwierig, gerne herausfordern, aber jetzt nochmal mit den Römern alles erobern. Aber mit den Spartanen würde ich das sofort, da bin ich jetzt bei Folge 2 oder so, da würde ich sofort Neustart machen. So. Toll, wenn der Schlacht kann ich darauf gar nicht zugreifen. Herzlichen Glückwunsch. Dann holen wir die hier schnell weg. Gucken wir nochmal. Aber ich habe, ich sehe da nichts. Hier Schatzkekse. Hör mal, die kommen von da. Dann nehmen wir die südliche Position ein mit denen. Halt. Bleib mal steh. Die Rüge vor. Da dritte. Der Krieg ist jetzt in eure Werte. In der Wahl geht Nowakü EVER! Der Krieg bin ich. In der Tattoo, zum Beispiel in Kohlen. Der Krieg ist nichts. Der Krieg ist zu sein. Kaffee! Heil! So, wo haben sie denn die Elefanten? Das ist nur diese kleinen Nordafrikanische Elefantenrasse, die heute ausgestorben ist. Hier hinten hatte die Ghanisons-Truppen, oh ne, da hat auch Elite drin. Hier hinten hatte die Ghanisons-Truppen, um die Schützen hier dann davor zu packen. Die Ghanisons-Truppen sind um das zu verbreiten. Schau! 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 Enemy approaching, sir! Two of them killed! Seniors, leave your sections! I... General! Advance of speed! One of our units has used all its ammunition. Loose! One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. One of our units, one of our units, one of our units. One of our units has used to be an ammunition. Ah, doch hier und da noch. Ah, dann warten wir noch eine Sekunde oder zwei. Schön. Oh ja, das hält meine Legion echt lange auf. Ich bin extrem beeindruckt. So. Schauen wir mal die Reiterinstellung. Ein unserer Units benutzt all its ammunition. Jetzt, zeigen sie unsere Soldaten. Insight. Das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gibt uns die Kraft. Ein unserer Units hat an den Ammunzeln benutzt. Viele Truppen sind aufgerüstet. Die Double! Double time! One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Missionary Cavalry, from forward! Germanic Warriors! Sons of Baas! Lancer! ё's ready! Country Brains! One of our units has used all its ammunition... Battle group awaiting orders! Reggae havity, engage! Feiglinge! Feiglinge! Ready! Ready! Long turns! Make them bleed! Commander! Charge! They will bleed for us! Das lief jetzt eher bedingt schlecht. Bistum bedingt gut für ihre Reiterei. Okay. Evarkati! Charge! Long turn! One of our units has used all its ammunition. General! Up and the double! Jupiter gives us strength! One of our units were almost shot. Traitorians. Romans ready what you do. Traitorians. Orderinars understood! Die müssen die Elefantenblatt machen. Und das ZZ ziemlich zügig. Die Strecken sind ziemlich rum. Die Schmerzen sind bereit. Die Schmerzen sind bereit. Zuhause! Die Schmerzen sind bereit. Die Schmerzen sind bereit. Anstrengen! Welches soll der schnitt mit den Phalangite anlegen? Soll der durchbrechen? Wann er fragt, wenn es noch geht um durchbrechen? Dann macht wenigstens Panik. Egal cohort! Brave Romans to a man! Engage! General! Hubschart! Hubschart! Lesionary cohort! Romans ready for duty! Ich zieh mal die Reiter da aus den Linien ab. Die hängen mir viel zu sehr in irgendwelchen Pieken-Truppen drin. Spearman! Back-up! Abschlapp! Glöm, Schläuch! Wähen schloyt! Riders, advance! Schuss! Beamen, ready for battle! We await your command. General! Sounds of love! You have our spirits! Germanic warriors! By your command! We must work! 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 Get off! One of our units has used all its ammunition. We must work! Okay, das eine oder andere ist noch am Leben. Ja, die ganzen frisch ausprobenden Makedonen haben ja seitdem schon einige Kämpfe gemacht. Meine Reiter haben halt schon gelitten durch diese Phalanchiten. Ich hätte nicht gedacht, dass die es echt gar nicht schaffen, da sich durchzuprechen. Ja, ihr habt ja wieder fein gekämpft. Euch übergebe ich ja bei Gelingert auch in die Germanica, damit das alles ein bisschen besser passt. Bei der Heeres-Umi-Organisation jetzt wieder bald anstehen wird. So, ich würde aber sagen, es ist gut. Das war mal eine anständige Schlacht, die ich uns da geliefert habe. Ja, aber ich habe keine Karate verloren, ist alles gut. Kommander! 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 Bist du, was hat überlebt, ist in die Wüste geflohen? Ach nein! Das ist diese... Das war dieser zweite Stack, den die da nochmal... Ich komme ab in die Oase. Bisschen chillen. Wieso chillen? War da was aufgefallen? Das war... Ah, ne, ist weiter. Ready for orders. Commander! Commander! So! Schön! Rein territorial war's das mit den Ptolemäen. Jetzt müssen wir natürlich nur abwarten, bis die letzten von ihren Armeen quasi die Geist aufgeben in der Wüste. Mal gucken, ob er da nochmal irgendwie das, was er in der Kasse ist, nimmt, um Söldner auszuheben. Dann greifen wir sie natürlich nochmal an. Und ansonsten fangen wir jetzt an, Truppen nach Westen zu schieben gegen die Sören Naika. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.